Ach, wirklich? Ja, ich erzähl euch mal was. Vor zwei Monaten ist ein Schwarzer beim Treffen der Los Vageros in der Oughtown aufgetaucht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass da ab und zu mal ein Schwarzer aufkreuzt. Aber ungewöhnlich war, dass der Schwarze den Los Vageros erzählt hat und es sagt, na weiß er will, ein Rennfahrt. Ein Weißer, der ohne Hände fährt.